Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer bei Birgit's Musikstunde. Heute spielen wir miteinander das Lied Winter Ade. Kommt her, an die Tasten. Wir spielen Winter Ade mit der linken Hand mit zwei Akkorden. C, G oder H, G. Die rechte Hand liegt mit dem Daumen auf dem Zeh. Es kommen vor die Töne C, T, E, F, G mit Finger 1, 2, 3, 4, 5. Wir beginnen mit der rechten Hand. Ich spiele euch zwei Takt bevor. Ihr spielt sie nach. 3, 3, 2, 1. Spielen mit. Ich spiele Takt 3 und 4. Da ist es gleich. Ich spiele mit. Wir spielen jetzt von vorne miteinander Takt 1 bis 4 die erste Zeile. und E, 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 C Gut. Jetzt kommt die zweite Zeile dran. Die Töne heißen E, F, G, G, F, G, F. Du siehst die schnelleren Achtel-Noten im zweiten Takt. Nochmal zum Hinspielen. 3, 4, 5, 5, 4, 3, 4. Das ist nicht ganz leicht. Nimm einmal die Hand von der Tastatur und spiele in der Luft. 3, 4, 5, 5, 4, 3, 4. Besonders der zweite Takt. Den wiederholen wir ein paar Mal. 5, 4, 3, 4. Sprich auch die Zahlen laut mit. 5, 4, 3, 4. Nochmal. 5, 4, 3, 4. Und nochmal. 5, 4, 3, 4. Wir spielen Abtakt 5. 3, 4, 5. 5, 4, 3, 4. Gut. Drücke die Pause-Taste und spiele es ein paar Mal für dich. Wir fahren weiter Takt 6 und Takt 7 und 8. D, E, F, F, E, D, E. Mit dem Finger. 2, 3, 4, 4, 3, 2, 3. Zum Mitspielen. Und 2, 3, 4, 4, 3, 2, 3. Wir spielen die ganze zweite Takt 5 bis 8. Dritter Finger auf E beginnt. Und 3, 5, 5, 4, 3, 4. Und ihr seht, die dritte Zeige beginnt wie die erste. Die Melodie bewegt sich dann aber aufwärts. Dritter Finger auf E. 3, 3, 4, 5. Also E, 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 F, E, E. Und einmal zum Mitspielen. 3, 3, 4, 5. Und die letzten beiden Takte beginnen wieder auf E. 3, 3, 2, 1. Und nochmal. E, 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 C. Wir spielen das Lied von vorne mit der rechten Hand. 1, 2 und los geht's. 1, 2, 1. 3, 3, 2, 1. Zweite Linie. 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 3, 2, 1. Rücken wir aber ein bisschen gut klar. Stell auf Pause. Spiele es einige Male für dich allein. Drücke dann auf Weiter. Wenn es so weit ist, dass wir mit deinen Händen zusammenspielen können. Winter AD steht im Dreivierteltakt. Das heißt, die linke Hand spielt lange Töne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ihr klopft jetzt weiter mit. Und ich spiele die rechte Hand. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und statt auf das Holz zu klopfen, spielen wir jetzt mit der linken Hand die zwei Akkorde. Die erste Zeile ist immer C und G. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. In der zweiten Zeile kommt im zweiten Takt der G-2-Ton-Akkord vor. 1, 2, 2 Mal. Und wieder C. Ich spiele mit der rechte Hand. Ihr spielt die zwei Akkorde mit der linken Hand. Das beginnt mit C, G. Ich zähle einen Takt voraus. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Gut gemacht. Drück auf Pause und spiele es einige Male für dich allein. Wenn du soweit bist, drücke auf Weiter. Wir spielen jetzt mit zwei Händen etwas langsamer als es gehört. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 3, 4. Gut gemacht. Spiele es ein paar Mal für dich allein und wir sehen uns wieder vielleicht zur nächsten Musikstunde. Tschüss.